Unser wunderschönes Kreuzsteinbad mit all seinen Aktionen. Der Herr Uwe, da soll es den filmen. Es ist zwar auch schön, aber wir wollen den Zehner. Mythos! Hier im Kreuzsteinbad, unser 10-Meter-Turm. Er bewirbt schon, während er majestätisch hier über dem Kreuzsteinbad thront, den Kreuzner Summer Jump am 29. Juli, ab 16 Uhr, mit einem fetzen Rahmenprogramm. Und er wird zum ersten Mal springen. Jan, komm her! Der gutaussehendste Pressesprecher hier in der Region von den Stadtwerken Beirut. Jan, wenn du da hochschaust, welches Gefühl beschleicht dich? Ja, da habe ich schon ein bisschen Schiss. Zittert mich wie vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, vor zwei Jahren bin ich zum letzten Mal vom Fünfer gesprungen. Das war das Höchste, was ich jemals geschafft habe. Schräg aufgekommen, drei Tage hat das Ohr wehgetan. Also wirklich wie so ein alter Mann. Jetzt schauen wir mal, was beim Zehner rauskommt. Doppelte Höhe! Doppelte Höhe! Mein Höchstes ist auch der Fünfer, ich habe Respekt. So, jetzt großes Event. Die Stadtwerke Ballreuth und Rade Meilenwelle machen es möglich. Kreuzer Summer Jump, Rade vom Zehner. 29. Juli hier im Kreuzcheinbad. Warum ist das cool mit diesem Mythos Zehner und mit diesem ganzen Event? Da sind wir einfach richtig stolz darauf, dass wir das anbieten können. Es gibt super Rahmenprogramme. Es kommen Springer als Show-Act. Es gibt echt genügend zu essen, zu trinken. Wir hoffen, dass das Bad richtig, richtig voll wird. So voll, wie es vielleicht noch nie war. Und dass wir dann auch richtig Anfeuerungsruf bekommen. Weil wie gesagt, ich brauche es zumindest. Uwe, die Finnis geht gerade aus dem Wasser. Das Kind nur drauf hältst, ne? Gut. Ihr Lieben, wenn ihr Jan Koch, die Damen, mit nacktem Oberkörper erleben wollt, hier auf einer großen Leinwand, die auch noch aufgebaut wird, mit nacktem Oberkörper vom Zehner springend, dann bitte dabei sein am 29. Juli. Ja, wir wollen noch nichts verraten. 29. Juli, Kreuz der Sommerjump, präsentiert von den Stadtwerken Bayreuth und der Mainville. Seid dabei!